Ja, ich sehe ein Gebäude. Vielleicht habt ihr schon eins, aber ich sehe ein Gebäude, das Gott für deinen Dienst gebraucht. Und ich sehe, wie da immer mehr Land dazukommt und Grundstücke. Und der Herr sagt, nicht nur für dich, sondern für die Leute, die mit dir in Verbindung stehen, auf der ganzen Welt. Du hast eine Salbung für Grundstücke. Und die werden sich noch steigern. Und die werden so groß sein. Und du hast so ein Glauben. Natürlich, auch in der Geschäftswelt. Aber der Herr sagt, das wird jetzt gegeben werden. Auf einer Ebene, die man sich gar nicht vorstellen kann. Denn die größte Erweckung wird im Wirtschaftsbereich. Auf dem Markt stattfindet. Auch in der Apostelgeschichte fiel der Heilige Geist im Obergemach. Und die sind sofort rausgegangen auf den Marktplatz in die Welt. Und der Herr sagt, ich weiß, du dienst von deinen vielen wichtigen Leuten, aber der Herr sagt, Milliardäre, Milliardäre, noch mal Milliardäre. Du hast eine Salbung für Milliardäre. Und du bist in der Lage, Geld wegzugeben, weil du Glauben dafür hast. Und es wird so viel mehr sein. Ich sehe, wie Menschen ausgesandt werden. Und du ein, zwei Jahre ihr Gehalt bezahlst. Ja, diese Salbung der mährischen Brüder. Die hast du auf dir. Amen. 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 Amen.